Weiter geht's mit Beyond Good & Evil. Wir sind in der Nutri-Pellenfabrik und wir müssen jetzt irgendwie hier diesen Strom ausschalten, weil sonst... Ich glaube, der Page nicht durchkommt. Nein, er kommt jetzt auf dem Weg. Gut. Aber irgendwo müssen wir jetzt weiter. Wie war das denn? Also, die Kiste sieht so aus, als könnten wir sie schieben. Ja, bitte. Schieb. Gut, dann in die Richtung. Oh, bitte. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ha! So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Ja. Das haben wir schnell überbunden. Ein Reaper? Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Ohre aufpassen. Es wird so riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Und Paige bekommt zu langsam Muffensausen. Aber Jade ist tapfer. Elektrikraum. Da können wir durch. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Kisten. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir die schon... können wir die fotografieren. Wir gucken erst mal ein bisschen weiter. Da gibt es noch ein Labor. Und dieser Aufzug hier ist defekt. Den müssen wir dann noch in Gang bringen. Dann gehe ich doch als Einfaches mal hier hin. Der Elektrikraum. Der sieht gar nicht gut aus und ist auch ziemlich gefährlich. Und rüber. Erstmal Karte analysieren. So, damit haben wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Überblick. Wir sind jetzt in Ebene 2. Mit dem, ja, an den Ventilator komme ich nicht dran, beziehungsweise noch nicht. Weil den müssen wir dann auf die andere Seite bekommen. Und dann haben wir hier Strom und können dann dort weitergehen. Dann bin ich erst mal wieder was kaufen. Dann gehen wir sie im anderen Raum. Das war blöd. Dann esse ich doch mal so ein Kababs, oder? Ja. Dann schauen wir mal, was es in dem Labor gibt. Der Westflügel. Serviceaufzug. Und hier gibt es aber auch noch so eine kleine Tür. Und hier kommen wir ins Labor. Okay. Die Spuren zufolge. Den Spuren zufolge. Du weißt, diese Viecher lieben Schweineländchen. War der Reaper auch hier? So, ich glaube, wir müssen hier eigentlich nur diese Dinger wieder in den Stromkreislauf da schieben. Hm, wie war das denn? Genau, ich weiß gar nicht mehr. Falsche Richtung, vielleicht? Achso, ich glaube, nebendran. Hm. Und ja, gut, es ist noch einmal. Hey, und ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Nein, Jade ist auch ganz clever. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Viel ekliger als die Nutri-Pillen, was auch immer das sein soll, ist eigentlich dieses... Hey, au! Blöde Ratte. Ähm, ist diese tote Kuh. Moment, ich könnte ja eigentlich mal die Ratte fotografieren. Ey. Übertragung empfangen. Ich speichere es sofort. Denn so langsam geht uns das Geld aus. Ich wollte eigentlich gar nicht mit ihm reden. Was ist das denn? Was ist das denn? Gute Arbeit. Keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Es sah so aus, als würde es auf der Kuh wachsen. Eww. Oder auf der Kuh sitzen. Irgend so ein Insekt. So, die Fliegen haben wir schon. Und dann gucken wir mal, was in diesen komischen Containern da drin ist. Wirkt noch mehr Kuh, wie es aussieht. Kuhfuß und Kuhkopf. Ach, blöde Ratte. Und eine Perle. Jetzt muss ich wegen diesen blöden Ratten doch nochmal was essen. Ähm, okay. Ich wollte es eigentlich essen, nicht dem Page geben. So, das hat uns jetzt eigentlich aus Fotos und der Perle dann noch nichts gebracht. Ich meine, Perle ist immer gut. So ist es ja nicht. Dann benutzen wir doch mal den Aufzug. Okay. Ja. Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich geb dir gleich strahlendes Lächeln. Also, ich hab nicht gesehen, dass der Page irgendwas gemacht hätte, aber danke für die Nichthilfe. Ups. Kein Problem. Den Aufzug können wir nur alleine benutzen, weil man dazu halt den Knopf drücken muss. Das heißt, Page muss unten bleiben. Dann gucken wir mal. Au. 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 Nein, da soll ich nicht reinlaufen? Diese Dinger. Ja. Ziemlich gefährlich, wenn man in den Strahl gerät. Aber die haben auch einen Nutzen. Das halte ich nicht. Mit denen können wir nämlich auch das kaputt machen. Wir kommen weiter. Oh oh. Double H. Der verschollene Agent. Wir müssen ihm helfen, irgendwie. Ich weiß noch nicht mehr, wie wir das abschalten. Ich bin wieder zu nah dran. Ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Ähm. Shawnee, wenn du etwas Verdächtiges siehst, schick uns sofort ein Foto davon. Erst dann wird die Gouverneurin bereit sein, dir mit den Codes zu helfen. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir dem Double H helfen können. Äh, hallo? Soll ich den jetzt einfach da drin lassen? Ah. Das heißt, wir sollen wahrscheinlich noch gar nicht hier sein, sondern müssen erst noch andere Fotos machen und dann können wir ihnen erst daraus helfen. Weil die Gouverneurin uns nicht das Foto geben will. Das ist doch jetzt nicht wahr. Äh, den Code geben will für das Foto. Gut. Wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht in irgendwas rein manövriert, wo ich nicht weiterkomme. I think, Code habe ich noch nicht. Das ist doch jetzt doof. Oder ach so, vielleicht muss ich ihn fotografieren. Das sollte doch Beweis genug sein. Bericht veröffentlichen, um die Gouverneurin zu überzeugen, den Code zu entschlüsseln. Ja, bitte. Das war's, Shawnee. Ich leite das Foto an die Gouverneurin weiter. Sie wird dir den Code für den Verschluss schicken. Das sollte funktionieren. Aber Vorsicht! Okay, B6Z7. Moment, B, B, B. Und bestätigen. So, damit haben wir unseren Gyrodisc-Werfer bekommen. So ein Handschuh ist das. Oh, das erkennt man jetzt auf dem Bild nicht so gut. Zielmodus aktivieren, Umschalttaste drücken, zielen mit der Maus und schießen mit der rechten Maustaste. Den zieht sich jetzt an. So, dann... Also Umschalt drücken, das heißt, dieselbe Taste, wie wenn wir die Kamera benutzen würden, nur dass wir jetzt mit der rechten Maustaste auch Sachen schießen können. Oh, bist du okay? Sie... 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 haben mein Gehirn weichgekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Cyrus... Jade. Mein Name ist Jade. Und ich hab nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich... behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Und damit haben wir auch noch eine Perle bekommen. Und den guten Double H befreit. Der leider auch nur zwei Herzen hat. Ich überlege gerade, ob ich ihm eins von meinen abgebe. Moment. Wo komme ich denn ins Inventar hier? So, damit hab ich drei und er drei und Paige auch. Und dann... sieht das doch gleich schon viel besser aus. So, der Double H hat auch so seine besondere Aktion. Und die befreit uns jetzt nämlich hier. Und tschüss. Auf- und Abgang Double H. Miss Harris, keine Angst. Alles in Ordnung. Ich finde einen Weg hier raus. Ja. Hoffen wir für ihn, dass er einen Weg findet. Wir speichern mal. Und dann geht's im nächsten Video weiter. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. 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 Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei.